Hallo, ich bin Tobias und ich bin Johannes. Wir sind hier auf der CeBIT und zeigen unser System KeySafe. KeySafe verhindert, dass Sie an der Haustür Ihren Schlüssel vergessen. Dazu verwendet es ein RFID-Tag als Schlüsselanhänger. Zwei Ultraschallsensoren erkennen, wenn eine Person durch die Tür geht. Zur Unterscheidung, ob sie hinein oder hinaus geht, ist ein Sensor parallel zur Tür ausgerichtet. Ein weiterer scannt den Bereich vor der Tür. Damit die Tür selbst nicht als Person erkannt wird, erfasst ein Drehregler den Öffnungswinkel der Tür. Ein FPGA-Board verrechnet diese Sensordaten und löst den Alarm aus. Zieht man die Tür zu schnell hinter sich zu, kann KeySafe sie sogar wieder öffnen. Mit dem RFID-Tag am Schlüssel kann man jetzt sicher durch die Tür gehen. Mit KeySafe haben wir beim Mikrochip-Wettbewerb Inventorchip vom Technologieverband VDE und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung den ersten Preis gewonnen. Auch die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka hat KeySafe ausprobiert und durch den Alarm ihren fehlenden Schlüssel bemerkt. Mit KeySafe können wir unerschrocken das Haus verlassen.